Klaus' Männer sind hier! 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 Ja. Noch mehr von Klaus-Männern. Die sind wie Ratten. 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 Nur für dich, Panther! Die sind wie Ratten. Schlag die Eindringlinge zurück! Die sind wie Ratten. Was haben Sie mit unseren Männern gemacht? Keine Sorge, Sie haben nicht gelitten. Nicht sehr. Wieder ein Armboden. Die sind wie Ratten. 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 Was ist das? Okay. 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 Wir sind da. Schaltet alles ab, bevor Klaue das ganze Netzwerk unter seine Kontrolle bringt. Vielen Dank. Warum ist noch alles an? Wegen Klaue. Ich kann leider nicht bleiben. Männer, Angriff! Sie greifen die Kimoyo-Serverbanker an. Ohne sie sollte uns klar sein, dass es kein Kimoyo-Netzwerk gibt. Und wir kriegen es erst wieder online, wenn wir neue bauen. Ihr müsst sie aufhalten! Avengers, zu mir! Seine Männer greifen die Zugriffspunkte an. Ihr müsst sie auf Distanz halten, während ich versuche wieder reinzukommen. Ich kann von hier aus auf die Geschütze zugreifen. Das verschafft uns etwas Zeit. Ihr könntet auch den Generator überlasten. Ein EMP würde Klaues Truppen kurzzeitig ausschalten. Unsere Geschütze allerdings auch. Bis ihr sie reaktivieren könnt, ja. Sorgt einfach dafür, dass sie die Zugriffspunkte nicht zerstören, bevor ich sie zurück habe. Überlass das mir. Was ist das? 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Ah! 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 Lauf! Möglichst nach oben! Sofort! Shuri, wir müssen das Grenzgebiet evakuieren und alle nach Birnensana bringen! Bruder, ich habe den Evakuierungsbefehl erteilt! Wir können Flüchtlinge im Konferenzzentrum unterbringen. Und was Klaue angeht, niemand bestiehlt Wakanda, solange ich herrsche. Sofort! Los정ic! Sofort! Sofort! Der quer neue Schrauben stripe! Dritte- Fl tha pret Bruder, Bruder, Dritte Um- B Chö Im Amen. 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 Schwester, was gibt's Neues von den Grenzstämmen? Die Evakuierung ist fast abgeschlossen. Die letzten Stämme werden jetzt gerade zum Konferenzzentrum gebracht. Und die Jabari? Die Jabari waren erfreut, dass Klaue unsere böse Technologie beschädigt hat und werden ihm einen schnellen Tod bereiten, sollte er jemals einen Fuß in die Berge setzen. Wie großzügig. Hey, also wenn Klaue euer, in meinen Worten, hyper-modernes Super-Internet lahmgelegt hat, sind wir denn hier noch sicher? Birnin Sana ist vollständig abgeriegelt. Niemand betritt oder verlässt die Stadt ohne meine Erlaubnis. Wir haben zwar das Kimoyo-Netzwerk verloren, aber der Palast hat eine eigene Datenzentrale. Mein Labor ist auch noch in Betrieb. Das bedeutet, Klaues Vorteil ist geringer, als er vielleicht glaubt. Klaue denkt, Wakanda sei zum Schutz komplett von seiner Technologie abhängig. Meine Klauen werden ihm das Gegenteil beweisen. Okoye, ist dein Team zurückgekehrt? Ja, mein König. Gut, wir treffen uns in Kürze. Derzeit findet eine Evakuierung statt. Zu den betroffenen Gebieten gehören alle Dörfer entlang der Südgrenze. Bitte melden Sie dich bei ihrer Gemeindevorstelle für weitere Anreise. Das Konferenzzentrum in Birninsana dient als vorübergehende Zug für die Wegen der AIM-Angriffe der Räumere Dörfer. Auf Befehl des Black Panther werden alle Dörfer an der Südgrenze vorübergehend evakuiert. Anlaufstelle ist das Konferenzzentrum in Birninsana. Bitte melden Sie sich bei Ihrem Gemeindevorstand für weitere Anwaltungen. Anlaufstelle ist das Konferenzzentrum in Birninsana. Anlaufstelle ist das Konferenzzentrum in Birninsana. Anlaufstelle ist der Konferenzzentrum in Birninsana. Wie ist die Konferenzzentrum in Birninsana? Es ist die Konferenzzentrum in Birninsana. Avengers. Mehrere Resistance-Kämpfer sitzen im Feld in der Falle. AIM rückt auf ihre Position vor und sie müssen sie retten, bevor sie überwältigt werden. Begeben Sie sich zu ihnen und verteidigen Sie sie, solange es erforderlich ist. Wir werden sie abholen, wenn die AIM-Truppen eliminiert sind. Vor ihnen sind Inhumans in einen Kampf verwickelt. Wie können Sie es wagen, den Black-Pack aus seinen Verlündeten herauszufordern? Okay. Und wieder fällt einer! AIM! Verstärkung ist eingetroffen. Schützen Sie die Inhumans! Was beschützt die Inhumans am Boden? Sie müssen sie schützen! Es ist noch einer gefallen! AIM! Was ist das? Halt still! Du bereust jetzt sicher! Du bereust jetzt! Ah! Ihr könnt mich nicht besiegen! Sie sind sicher! Gut gemacht, Avengers! Sie haben unsere Leute gerettet, sodass sie weiterkämpfen können. Die Resistance wird siegen, wenn Sie ihnen den Rücken freihalten. Het wird siegen, wenn sie eingefangt sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Resistance hat die Position eines weiteren Shield-Bunkers identifiziert. Aim ist in der Gegend und sucht wahrscheinlich auch danach. Suchen Sie den Bunker und bergen Sie seine Ressourcen, bevor unsere Gegner ihn finden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alle Systeme laufen! Alle Systeme laufen! Alle Systeme fangen, sobald sie in der Nähe sind. Zeit zum Schlafen! Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Da! Direkt voraus! Dasіш! Ach! Ah! �, nein, nein, nein! Ah! Ah! Ein Resistance-Verbündeter ist in der Nähe in Not und braucht ihre Hilfe. Sehr gut. Dann leg mal los, Theo. Du bist jetzt sicher. AIM-Einheiten auf dem Radar! Versuch! AIM-Einheiten auf dem Radar! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Oh, oh, oh. Das war's für heute. 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 Authentifizierung unterbrochen. Lade EMP auf. Bitte halten Sie Abstand zum Bunkel. Lade EMP auf. Bitte halten Sie Abstand zum Bunkel. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. für heute. Das war's 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 für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.